Ramin Restaurant Herzlich willkommen im Ramin Restaurant. Heute kochen wir für Sie die Vorspeise ist die Dom Yam Gung. Die Hauptspeise ist die Patai Gung Son. Für den Dessert haben wir Mango Sticky Rice. frische Leute Pizzier Pizzier Flak Schmack Ich habe andere Energie Flak Schmack 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 Prak-Chi, Namm-Suk Das war's. 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 Das war's.